Willkommen zurück zu TTT, hier mit der Besetzung, wie ihr seht. Hallo. 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 Immer noch 52. Ihr müsst wissen, heute der Tag für WrestleMania und Sub hatte gerade ein bisschen... Jetzt im Rehen. Bis gerade eben hatte ich ein 600er Ping. 52, 52, 52. Perfect 50. 48, ich werd nicht mehr. Ich werd nicht mehr, mir fliegen die Eier weg. Oh mein Gott. Ich glaube, der Port ist jetzt runtergeladen worden. Sub, der Perfect 50. Das war aber ein großer Porn, ey. Ja. Hatte mich ein bisschen... Wahrscheinlich eher von mir. Aua, ich werd angeschossen. Jetzt hab ich den höchsten Porn. Mit der Verbindung dauert halt auch ein 2 Minuten Porn. Ich wurde mit einer Sch... Das war einfach ein großer Porn, nur weil der von dir war, weil ich so ein großer Schwanz war. Okay, Bernie hat mich angeschossen gehabt, wenn der oben auf dem Schrank war. Ja, gut. Ja, wahrer, wahrer, wahrer. Ich mein, selbst ein 2 Minuten Porn, 20 GB. Boah, wir reden alle durcheinander, damit keiner mehr irgendwas versteht. Ey, also ich könnte jetzt auch noch ein bisschen zwischendurch reden. Das wär... Also, ich find, dass... Also ich, denk mal, dass... Ja, also... Ich bin die Techke. Sub, 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 Sub. Sub, 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 Sub. Sub, Sub. Sub, Sub, Sub. Sub, 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 Sub. Wo wurden der gerade gekillt? Wo hat Sub denn der? Oben auf dem... Sub, Sub, Sub. Kopaaa! Oh, Alter! Oh! Oh! Ja, ist ja gut! Wir haben es jetzt auch verstanden, dass Sub es ist. Nein, Kopa ist es. Hose Kopafeuer. Hose Kopafeuer. Aber das nächste, was ich sagen wollte, ist das Kopa-Kopa nehmen. Halt. Siehst du, Junge, mein Ping ist sehr logisch. Und zwar, ich habe jetzt... Ich hatte... Ach, ihr seid das beide. Bei meinem Internetproblem hatte ich 30er, 20er Ping. Und jetzt ohne Problem habe ich 60er Ping. Das heißt, mein Ping ist sehr irrational. Und sagt nichts über meinen Internetversorgung. Der ist unten im Schacht. Der kommt unten aus dem Schacht beim Lego-Haus raus. Okay. If you say so. Bleiben wir da einfach hier. Müssen wir nicht chasen. Dauer hinten. Komm, ich will mich um die Ecke... Nice. Ich will mich um die Ecke lehnen. Warum kann ich nicht E drücken? Mann! The kill gets drugs. Sie sind wounded. Lassen Sie mich vor. Ja, ich wollte mich nur um die Ecke lehnen. Nein, Daniel muss als Kanonfutter davor stehen. Du musst safe hier bleiben. Ich bin auch schon angeschlagen. Christopher Matt's side. Und ich kann ihn... Ähm... Das hatt es immer noch da unten drin. Gleicher Spot, vor er irgendwo war. Ja, der läuft da gerade. Der läuft da gerade... Er läuft da gerade... Und wo ich war. Ne. Der läuft da halt gerade... Was soll ich denn dazu sagen? Der wartet da extra. Deswegen lassen wir ihn da. Wenn man rauskommt, dann stimmt er. Ja, wahrscheinlich wechselt er erst den Spot. Die Ratte aus ihrem Loch. Warte, wir haben fünf Sekunden. Ja, der ist da immer noch. Oh, jetzt kommt er unter dem Bett raus. Unter dem Bett. Das ist unfair. Ich habe eine schlechte Ping. Oh, Daniel, sag doch, dass du da unten im Bett bist. Sonst hätte ich dir längst aufs Bett geguckt. Das hätte ich sagen können. Ja gut, ich habe halt erst nichts gesagt gehabt, weil ich nicht wusste, ob Sub da noch ist. Und es wäre vielleicht kein Odenfutter gewesen. Ja, trotzdem. Du musst kommunizieren. Wie sieht es aus mit Sub? Wow, yeah, Sub hat seine Tage. Du machst den Siege-Berni quasi. Das ist echt so. Kommunikation ist wichtig. Tja, Sub, wenn man einen Benni als Kollegen hat, ist man echt verloren. Ich habe ja noch zwei gemacht. Wie nein? Du warst doch ein Traitor oder nicht, Bernie? Nein, nur ein 50er Ping. Oh, ich wichse mir gleich auf den Bildschirm. Komm, bist du fast. Also, ihr müsst merken, wir haben schon zwei Stunden TTT gespielt. Seit 20 Uhr sind wir am Spiel. Ja, wir haben jetzt kurz vor 22 Uhr. Erst war Sub mega scheiße die ganze Zeit mit der Ping. Dann hat Kopa auch Probleme gehabt. Und jetzt können wir endlich TTT holen. Und wenn es halt nur drei, vier Parts sind. Erst mal ein fucking System wieder erschrocken. Hallo, Sub. Denn in knapp einer Stunde ist Wrestlemania. Ja. Wrestlemania. Fun Fact, letztes Jahr haben wir vor Wrestlemania Formel 1 aufgenommen. Ja. Fun Fact, letztes Jahr war jetzt schon mein Internet tot. Ja, Paila for Wrestlemania. Paila for Wrestlemania. Ja, genau. Letztes Jahr war jetzt schon mein Internet tot. Fun Fact, letztes Jahr wusste ich um die Uhrzeit schon, es kommt auch nie wieder. Also, zum Beispiel Spania. Geil. Fun Fact. Weil Fun Fact, ich gefühlt fünf Stunden in der Telekom Warteschleife war. Aber drei Stunden war ich bestimmt. Fun Fact, in ein paar Stunden Strowman. Ja, Flo ist es. Rains World Champion. Nice. Auf dem Bett. Spoiler. Hab ihn auf Bett gegwundet. Hab ihn. Oh, jung. Jung. Au. Ah, hinter mir bist du? Ey, das ist Bernie. Ach man, ey. Kommt er von hinten wie so ein... Annalkrebs. Weißt du, wenn wir Traitor-Kollegen sind, Bernie, das geht schon wieder los, ey. Du weißt doch, ihr beiden habt die Battle of Strade und Trade. Halt's Maul, Cooper. Dein paar Stunden ist Sascha Banks Women's Champion. Glaubst du? Hoffen wir mal. Definitiv. Nee. Hoffen. Hoffen wir mal. Vielleicht ist es auch Becky, wer weiß. Nee. Sascha. Oder weiterhin Charlotte. Ja. Sascha. Halt's Ding. Der einzige Figur-Moment am Abend, den die Fans kriegen werden, ist, dass Roman Reigns World Champion wird. Ja. Und die Halle wird's, wird's, äh, die Halle wird's sheeren wie nichts. Hallo, Roman Reigns' face. Gott, warum reden wir jetzt eigentlich über Wrestling? Einer ist im Schacht gestorben. Einer ist im Schacht gestorben. Gut, dass ich noch nie im Schacht war, am Anfang. Oh, Cooper. Nein, es sind schon zwei innocente tot. Wer ist ein Detective? Sub? Okay, Daniel und Cooper, Sub. Weil Bernie wieder erst nach ne halben Stunde den Namen gesagt hat. Ist erst ne halbe Stunde im Schießduell, dann sagt er wieder nen Namen, ey. Und Flo ist auch tot, sagst du? Zwei Leichen im Schacht. Ja, Daniel und Cooper. Cooper ist im Schacht. Nein, bist du jetzt auch tot? Nee, und Daniel. Hab ich, ja, gekeult. Ist Cooper übrigens tot? Ja. Sehr schön. Flo lebst noch? Nee, Flo ist auch der Tote. Jetzt kriegt Bernie ne Überhunderter Peng. Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Wo bist denn, Daniel, ja? Hm, grad nicht da. Ich bin grad nicht da, sagt er. Wie sieht's denn aus mit Bernie? 33er wieder. Alles safe. Nein, nee, nicht ablenken. Wir sind die letzten beiden. Ah, ich hab halt nur geguckt gerade. Ich hab, äh... Wie vorhin, da hat Daniel auch schon abgelegt. Ja. In einem ganz speziellen Thema, was wir irgendwann weiter ausführen sollten. In der Aufnahme. Ah, hi. Morgen. Was schießt denn, Bruder? Aua. Farmers. Aua. Oh, das war auch ein Headshot. Nö. Hm, das wird nicht reichen. Schade. Hast du ne Frag? Nee. Das kommt dir später. Hätt ja klappen können. Wie viele Lifemars hast du denn noch? Ein bisschen was. Ein bisschen was? Nicht wirklich viel. Null. Zehn hatte ich. Guck mal, du hast dir Detektor-Krupp aufgewandt. Zehn. Ja. Okay, Ty Dillinger, Ty Dillinger, Main-Roster-Debüt confirmed. Jo. Guten Abend, Boris Bär. Wir haben's als erstes gesagt. Und auf einmal wirklich dann so beim... Wir haben's als erstes gesagt. Aber der Part erscheint erst irgendwie ne Woche nach, was er main ist. Wahrscheinlich. Weil wir noch bis Dienstag, bis Donnerstag, bis Samstag, Golf-Friends haben. Mhm. Heute ist ja auch vielleicht endlich mal das Ende von Stardust. Schauen wir mal. Na, hoffentlich, ey. Wir haben ja nicht mal Wrestling. Weil wir kurz vor WrestleMania haben. Ja. Deswegen? Also vor euch schon ne Weile her, aber auf den Zahlen. Ist noch aktuell. Mindestens ne Woche vor euch schon her. Wenn Daniel vernünftig hochlädt. Dann dann aus der Kotze. Guck mal. Und äh... 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 Sie werden ganz sicher schon alle den Podcast der Hamburger Tom, wie du gesehen haben. Okay, lag. Oh, mega. Auß. What the hell? Was war das denn grad von lag? Nein, ich hab nichts gemacht. Bei euch war aber der Server grad auf. Jetzt aber. Ja. Ja. What just happened? Ich erschüsse. Fein. Daniel. Nope. Das ist ja klappen. Können einfach mal ins Blaue schießen. LOL. Oh Gott, ich seh nichts mehr. Wo? Bernie, fuck wo? Ich seh nichts mehr. Oh, nein. Die Mastklappe. Da. Erst hab ich dein Name gesagt, weil ich dich da oben nur gesehen hab. Und nach dem lag wurde ich instant gekillt. Das war wieder geiles Bug-Using, was Daniel am besten kann. Auf Kacke. Aber ich hab da den Smoke geworfen, damit man mich nicht so gut sieht. Und am Ende hab ich Flo nicht mehr gesehen wegen dem Smoke. Jawohl. Ich hab dich halt nur da oben gesehen. Ich wusste nicht, dass Daniel auch da war. Deswegen hab ich's. Ich hab halt die ganze Zeit geschossen, aber alle gewusst, jetzt lebe ich noch. Hab ich schon wieder Trader Detective Talk oder was? Oh, stimmt. Sogar Hedge-Up. Scheint so, ne? Ein Heads-Up. Ein Heads-Up. Hedge-Up. Hedge-Up. Der Schreckle. Oh, ich wurde ange- äh, äh, Daniel, ich hab keine Waffe. Daniel. Aha. Unten im Schrank, unterste Etage. Aaaah. Daniel ist wieder skillig heute, meine Freunde. Hallo, Fäller. Was, Fäller? Fäller! Achso, ja, hier, Fäller, Fäller. Fäller. Fäller, Fäller. Oh, Matschka. Fäller, Fäller, Fäller. Unten im Kanal, Schacht. In den Kanal, ich dachte, lass Rambos succeed. Ja. Confirmed. Oh oh. Nein! Boom. Pö, da Koba das gesagt hat, ist es wohl noch Bernie. Nee, und ich glaube, Koba wird vielleicht schon tot sein. Nee, ich leb noch. Hm? Okay. Ich glaube, auch das Bernie. Nee, Koba hat das ja gar nicht gesagt, ja. Hey, ist denn schon. Okay. Sup. Gut damit. Ich hatte noch die magische Ten. 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 Lässt sich der Bernie erst mal von, äh, lässt sich deshalb erst mal von Bernie wegkotzen lassen. Ja, mit zehn. Von hinten. Geil. Das habe ich gehört, du Lappen. Warte mal. Gehen wir in Close Combat. Dann kann ich den Mixer nur sehen. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wo er ist. Schönes Bug-Cusing hier. Warte. Ich bin gleich da, Bernie. Oder? Habe ich mich gehört? Wer weiß. Sehr schön, Bernie. Nice. Wie ein Pagnoid-Koper war, ey. Ich gebe ihm drei Schüsse und ich... Oh, Bernie, wir machen... Ah, okay, von hinten. Nee, naja, das ist von hinten gemacht. Mit zehn HP. Aber trotzdem. Bernie ist scheiß Hacker. Warum springst du bei mir immer freiwillig in den Tod, wenn wir Traitor-Kollegen sind? Und bei den anderen Runden fickst du alles? Ja, was ist ihm zu schlecht? Du hast das mit zehn Ölten gefügelt. Mit zehn HP von hinten gefickt. Du hast das mit zehn Ölten gefügelt. Dafür wüsste ich aber. Das ist mein Arsch, wüsste davon. Ich habe auch immer gesagt, Detective Day. Okay. Kupa, Kupa, Sub hinter dir. Sub. Oh Gott. Oh, nein, sorry, sorry, sorry. Np-Flow, Np-Flow. Np-Flow. Alles gut. Wo ist denn jetzt der Pupsknoten? Kennt Daniels unter dem Bett, oder wie? Nein. Aber vielleicht. Was ist denn jetzt der Pupsknoten? Das ist der Pupsknoten? Oh Gott. Wer lebt noch? schnauze das kommt noch mal unserem bett raus bernie es ist nicht fair wie du das spielst, dass ich jetzt mal schon angehittet bin wir sind jetzt los ne yes alter bernie, egal welchen team es ist gut gepanischt hat ich guck aus, äh floh, wie ich subgecallt hab ich hab nichts gehört ich sub echt schnurstracks angehittet was ich gerade hingerichtet hatte wie du das übers herz bringen konntest ja eiskalt in die andere Richtung geht und sich wegdreht und mich richten lässt hast man gerade auf die Pinks geguckt und dann straight in den Tod gelaufen kann man mal so machen na Daniel, bist Traitor? ne Daniel rittet mich an und dann spring ich runter, denke ich überlebe und sterbe ich hab halt ja gesagt, normalerweise hätte ich Daniels wegschießen sollen schade Daniel konzentri ich glaub nicht, dass Sub und Daniel Traitor jetzt sind ich spin's nicht, Daniel bestimmt ne, wahrscheinlich ist es Sub ich hab doch genau gefragt, Bernie wahrscheinlich ist es Bernie nein, der ist detekt hallo Jungs oh mein Gott WTF war die Close Flo's Proven Flo's Proven Flo's Proven Oh, Coop hat was abbekommen Ja Aber ist mir egal Flo's Proven Flo's Proven Oh, der Sheenstein, ne? Ja, sagst du, Junge im Kanal Schacht Ja, das sag ich, weil der hinter mir stand für mindestens 10 Sekunden Ja, Daniel ist das dann Mhm Wir sind alle hier auf dem Freak, Coop und Flo und ich Ja, Daniel war im Kanal Hast du ihn? im Schacht, ne Ich hab ihn aber in der Distanz gesehen Ja, Daniel 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 und Coop Haha Doch, für mich sitzt Daniel und Coop Flo ist für mich Proven Ich werd jetzt auch auf dich schießen Ja, auf mich wird gesnive Ja, ich schieß auf dich WTF, Alter, man macht den Jungen straighter Flo stand 10 Sekunden hinter mir, ich hab ihm den Rücken zugedreht Ja, das heißt aber nicht, dass du Proven bist, Junge Ja, aber ich bin innocent Was meint, dass ich könnt nur ihr beides sein Perfekte Kontantworter Ne, ein Wirklicher Das ist keine gute Antwort Ein Wirklicher Natürlich, Sub hat Daniel in die Pfanne gehauen Bernie war Detektiv Flo ist für mich innocent Sub ist für mich innocent Ich bin innocent Und bleibt ihr beiden noch nur Alter, wie viel du als Innocent siehst, find ich faszinierend Ja, Flo stand hinter mir und Sub hat den einen Traitor konfirmt Was hat Daniel nochmal gemacht? Daniel hat Bernie gekehlt, den Detektiv Die Leiche liegt im Schacht Ich bin aber da weggelaufen, weil ich Daniel gesehen hab und ihn verfolgen wollte Ich bin ja auch verloren Und Flo ist für mich innocent Ich bin innocent Sub ist innocent Und dann seid ihr beiden nur noch übrig Ja, Flo schießt auf mich schon Oh, ich seh nicht Ja, weil du Traitor bist, Kuba Haha, fick dich, Junge Fick dich Und du bist der Zweite Nein, Daniel ist es Ja, doch, doch, doch Flo, du warst Traitor, warum hast du mich nicht weggeballert? Ja, um dein Vertrauen zu gewinnen, meine Güte Flo spielt normalerweise nie so Hat Flo gut gespielt, hat Flo gut gespielt So sch- So sch- Guck mal, da kannst du mir nichts vor, weil Flo spielt nie so Der tut man alles instant Ein wahrer End ist, wenn wir dann Sachen umgehen, dann lässt die Zeit ablaufen Und dann scheint die Zeit auf Magengefühl abzuklären Oder auf Ich seh nichts Ich hab dich ja nicht abgeballert Ich hab dich nicht einmal getroffen bei mir Oh, oh Oh, lasst ihr euch jetzt da alle wegballern? Nein Ich war halt Es leben noch alle, alle safe Halt's Maul, Daniel Bei dir muss ich doch was kompensieren Oh, hallo Schade Wow, Flo, warum? Weil immer jemand da war Ach so, ja, Koba kam grad von oben, okay, das macht natürlich Sinn Aber krass, normalerweise spielst du nie so Du hättest mich normalerweise weggeballert, oder? Ja, aber nicht, wenn er zuschaut Gut, das war's dann für diese Runde Wir sehen uns aber beim nächsten Mal Bis dahin Ciao 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 Vielen Dank.